Ja, liebe Freunde, das ist die Mega-Mannskraft. Es ist Thomas, gegründet 1976, David Scherz, Heimannsburg, an der Spitze der Krierführer, Karl 1 Rieger. Und das sind die Randläufer von dem Rekord. Die holen die Kerstaden an dem Feuer. Riegeräusche, 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 Riegeräusche. Halt! 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 Nicht so wie ein falsches Ophel. Ah, das ist eine Scheinung. Ja, das ist eine Scheinung. Die Morgenbrühe, 6 Uhr, wir tanzen, alles zusammen. Samba im Regen! Halt! 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 Lalalalalala 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 Lalalala Lalalalalala 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 Wenn es lebt der Baum in der Feld Dann wird er fast wie Sonnachseh in Städter und vermeintlich durch die Tür Danke, mach es er mit dir, dass du morgens ja schon passiert, doch so wenig schlau. Aber jetzt, wenn sie den Mann was an, der will, 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 will. Wenn der Sonne schön klingt, wie den Keller wir haben, er fragt sich der Bach, wenn man mal hinterher. Und wenn der Sonne schön klingt, wie den Keller wir haben, er fragt sich der Bach, wenn man hinterher. Der ist die Polizei genau, Russ, der prima, prima, Frümmschau, die auch noch machen wir Schafau. Und wenn der Sonne schön klingt, wie den Keller wir haben, er fragt sich der Bach. Und wenn der Sonne schön klingt, wie den Keller wir haben, er fragt sich der Bach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020